Ich bin ein eigener oder? Ja, ein eigener. Ja, müsst ihr vorsichtig sein mit den eigenen. Sie sind hier zum Teil markiert, aber nicht 100% finde ich. Ich fahre erstmal bis zum nördlichen Ende von ZZ2 zurück, so wie ich kann, damit wir erstmal wieder neu anfangen können. Ich würde sagen, bei Gebäude Weiß 12 war eigentlich ein Bunker, da konnte man sich eigentlich schön verschanzen, falls von Süden was kommt. Ich lasse euch hier schon raus, ihr könnt zu den eigenen direkt vor. Geht mal raus? Ja. Eins ab. Ja. Rechtsseits vorbei, wo wir sitzen. Leuchtspur von West. Bei mir erstmal sammeln, bei mir sammeln. Gebäude 10, sammeln wir uns. Nicht gehört, nicht gehört. Was? Vorspring, dubbelstück in der 3-3-0. Richtung 258, Handur oder so. Ja, auch Handur 259, von hier aus sichtbar. Zurück. Ja. Ja, ich sehe ihn. Fett ist Richtung links, Richtung Südwesten. Waren 400 Meter circa. Ja, 450. Da ist jemand zum Scooby, lass ich einweisen. Oder siehst du ihn? Ich hatte ihn hier gerade gesehen. Der kommt aus uns zu. Hey, komm zu mir. Enrico ist bei Dingens. Guck hier. Ja, Alpha bekämpft. Ja. Ich bin schon von Alpha bekämpft. Auf lau. Nachsammeln. Und Gebäude 3, 2, 7. Ja, Alpha kriegt einen rein. Auf die Infanterie Richtung 280, oder? Ja. Ja. Deine ist PA. Der Leuchtspanner kann man fahren. 2, 6, 0. Da kriegt eine PA. Ja, der kriegt ja schon ganz Zeit. 2, 8, 0. Fahrzeug auf Straße. Fahrzeug auf Straße. Fahrzeug auf Straße. Komm zu, komm zu. PA fliegt. Ist bekämpft. Ist bekämpft. Gut geschossen, Antares. Ja, das war nicht das Fahrzeug, was ich gerade hatte. 2, 6, 0. Ist weiteres Fahrzeug in dem Buschrupp. Bestätige. 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 Ja, Tata schiebt mir. Enrico? Hol mal PA raus. Da müsste irgendwo in Verlängerung des Pandors sein. Auf 2, 5, 4. Falls er da rauskommt, dass du den siehst. Ja, Pandor ist das wieder aktiv. Ich bin jetzt 257. Das ist der Pandor. Das ist der Pandor selber. Okay. Das ist der Pandor, den hat Alpha begämpft. Ja, nein. In Verlängerung von der steht ein weiterer. Das ist der, der dann schießt. Ja. Hast du dein Ding nicht wegwerfen? Ja. Mach ich gleich. Pandor, wie ging es jetzt aktiv? Ich bin schon 258. Der alte. Der schießt gerade eben auf Alpha. Oder. Irgendwo. Ja. Fahrzeug, der was ich meint. Ja, Fahrzeug, wir sind geschossen. Fahrzeug, wir kämpft. Gibt es noch irgendwelche aktiven Fahrzeuge? Hier unten negativ. Status von meinem Unklar wurde geschossen. Verstehe ich. Aber ich glaube, wir haben gesehen, dass die Besatzung abgesessen ist. Ja, die Besatzung beim Pandor ist raus. So, dann blau-rot. Schnell beziehen. Ich will, dass wir Alpha-Nasi rum geben können. Laufst du auch in den Durchgang, ne? Ja. Die Alpha-1 wird irgendwo mehrere Fahrzeuge Pandor voraus bekämpft. Und Infanteriefeindlich ist im Anmarsch. Fahrzeug 248, Entfernung. Draft 400, grob. Ist das das von Venklar? Das ist der Pandor. Das ist der Pandor. Ja, das ist der. Oder? Okay. Aber wenn der meinte auch bei euch hinterher ist, das ist mein. Ja, der auch sind bekämpft. Ja. Gut, also. Dann weiter geht's. Wow. Okay. Wir machen jetzt hier ein bisschen... Parcours, ja? Parcourslauf, ja. Nice one. Auf zum, auf zum Alpha. Toll. Hahahaha. Immerhin funktioniert das bei mir jetzt mit dem... Der Donner. Der hat mich untergeschubst. Ja, ja, genau. Okay, dann ist blau zu hoch. Äh, eins. Du kannst dann gleich eine PA nachziehen. Jo. Wär kein Spielverderber sein. Aber wer sichert eigentlich die südliche Flanke? Ja. 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 Nur, nur so. Pandor, Zufahrt. Waffe hier unten. Ist ca. 100 vorn stehen geblieben. Ja, Alpha 1. Ja, Rakete gefressen. Äh, der, der raucht? Ja, ja, der raucht. Ist grad stehen geblieben. Du, ich brüttel uns hier mal ran. Ja. Laut mir, ich brauch hier ne Stellung. Brüttel genau vor dir. So. Antares? Ja. Für deine herausragende, äh, Qualität von Erkennen von Offensichtigen darfst du jetzt mit Enrico bei Gebäude 8 südlich gucken. Südliche Flanke abdecken. Das ist ja die PA. Fahrzeug von vorne. ORR oder? Du mit Enrico hab ich gesagt. Ja. Das hab ich nicht gehört. Ich hab nur Antares gehört. Kreuzzeug, Kreuzzeug, Kreuzzeug. Nö, vielleicht, 12 nicht. Zufahrt weit 275. Wollt ich auch grad machen. Ja. Fahrzeug auf uns zu. Irgendwann drehe ich die Fahrzeuge. In der Wand. Alright. Jetzt in der Wand. Es wird nicht mehr in der Wand. Jetzt in der Wand. Zufahrt. Sollt ihr mal auch in dort noch Fahrzeuge? Ja. Ich seh nur noch. Kann sein dass Alpha 2 ausgefallen ist? Ich verstehe jetzt 279 im Wald Wir haben 274 im Wald Kommt jetzt ein Wunsch zu? Warrior Akustische Schüsse, 1-6-0 Wir versuchen mal aufzunehmen, Antares, um sich Schüsse auf uns nicht von Süden Rift auf Ich habe akustisch immer noch irgendwas 2-8-0-Zubstärke Ja, komm mal mit, komm mal mit Ja, F1, feindlicher Roby hat angehalten, Kanon ist unten Check Meint ja, wir sollen auf... Feindliche Infanterie 284 durch den Wald Blau nicht zu weit weg, glauben Ja, ja, siehst du halt nicht Bleib hier, wir können so sein, dass wir nicht markiert werden Zurück, 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 wow, wow Droh und Mid, komm Super sicher, wir haben Beschuss aus Süden Alpha hier, bravo, komm Der Beschuss aus 2-0 Wir haben eine Gruppe Richtung Süd, sich zerlegt mit meinen Truppen, um den Feind abzufahren Henrico, lebst du noch? Wahrscheinlich zuverstanden Ja, ich lebe Wanker, da würde ich mit kommen Ich bin unterwegs Zwei Granaten in die Richtung ungefähr Ander, komm mal nach links Ey, ich hab mein neues Fahrzeug akustisch west, ich bin wegen mir nicht mehr weg Lauf links Vorsicht, direkt im Nahbereich, im Nahbereich Hey Hey Warrior West, Warrior West Hey Ranns los, hör auf damit Ey Lauf um die Rakete Komm mit, da haben wir nach rechts Gatt was dich Lauf, da sind zurückfallen Ja, können wir schlecht Wir sind so unter Feuer, wir können uns nirgendwo hin verziehen Töcher, wir gehen auch ganz nach oben, über das Feuer gucken wir nach oben Versteh den Ich schmeiße Rauch, Henrico Rauch vor uns Ja, ich hab auch zwei Ja Ja So, jetzt Rückzug, Rückzug Das kommt aber auch von... Osten Lass uns hier Gebäude 9 rein Ja, aus Ost kam auch was Denker noch da Komm her, alle Mann sind in Gedeckung Dieses dumme Schwein stand direkt neben mir Ich dachte, das bist du Ne, das war's los Man hat ihn auch noch reden Ja, ich hab ihn dann Ja, ich hab ihn dann Ich hab gesehen, wie er auf dich zukam Und ich hatte keine Munition mehr War direkt am Nachladen Zwei Mal Weiß Blau lebt noch, ist in Gebäude 9 In Selbstbehandlung Check Oh, ey, das war hart Aber dafür, dass er direkt neben ihr stand, war das echt schlecht Ne, der hat auch extra die Pistole genommen Damit er dich nicht umbringt Oder nicht zu hart ist Oder vielleicht hat er auch keine Muni mehr gehabt oder so Keine Ahnung Okay, ich bin dicht Okay, ich bin dicht Ja, ich hab mich dreimal angeschrien Stoße auf damit Stoße auf damit Stoße auf damit Und er hat nicht aufgehört Du würdest sagen, die sind immer noch da, wa? Ja Beide West, dring West Ja Wow 20 Sekunden? Ja Ja, ja Das, äh Ich sehe, was der hat noch nicht gezählt Ich weiß es mir gar nicht 20 Sekunden Mhm Wopala Ach, verdammt Was hast du? Ja, das war nicht gewollt Ja, das war ein Stück zu weit Und nochmal Check Okay Äh, ja Ich spreche ab und über die Pistole Ja So, verletze ich mich auch nicht Gut, noch Donutspresse? Glaube ich habe hier die Durchgangsgesucht Ich hab den West Nahbereich, seid bei mir Ich bin schon verrückt durch Ich bin schon verrückt durch Ja Dicht bin ich, oder? Dicht bist Okay Ich habe zwei Laien hier Jetzt machen wir einen per Handel Ne, korrekt vor eine Ich komme zu dir, Wenka Ja Ich bin schon Also, gehen wir über lau Ja, ich bin jetzt gut Entrykobar, bitte was? Ne Doch 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 Oh ja Ein bisschen die Prelle 15 Sekunden ja Wir haben vom Süden einen Gegenangriff abgefangen Jetzt ist es gerade bei uns im Süden Ruhe, wie sieht es bei dem Norden aus? Enrico durch Versteh dich Alpha Hebravo, komm 3 Fahrrad Süden, die Impfgruppe ist geworfen Soweit wir sehen können Raus für Umfeld im Westen und veranzelte Schützen Komm Ein Versuch verstärken wir Fahren erstmal zurück zum Hauptmunitionieren Also jetzt in Rot Richtung 204 Akustisch Feind, die schießen dort Versteh dich Aber ich bin nur büsche in der Richtung Ich vorgehe Ja ich auch Raus für Alpha, komm Das weitere Vorgehen klären wir gleich mit der OPZ Komm Ja, versteh dich Ich halte so lange hier Und hoffe, dass wir noch da wären, wenn ihr wieder da seid 1 24, feind er jetzt in Zulauf Ich komm zu dir Ja, wenn sie nix mehr haben, dann haben sie nix mehr, ne? Ja Ich hab grad nen Tracer gesehen auf 1 8 5 Schießt irgendwas Ja, blau, zu mir aufschließen Bestätige 1 8 5, mindestens Truppstärke Und weiteres Fahrzeug akustisch 2 2 0 oder so 2 4 0, 2 4 0 War glaub ich ein Warrior Oder ein Pandora, ich bin mir unsicher Absolut keine Sicht, der kommt jetzt nah Der kommt nah Ah da Blau? Ja Komm Fahrzeug ist immer noch aktiv, ne? Ich weiß So, könnte jetzt auch bekämpft sein, dass da... Ne Ja, aber... Bei der andere auch Ja 1 9 0 ungefähr Das liegt wieder in den Arm, wenn ich schließe auf nichts Das liegt wieder in den Arm, wenn ich schließe auf nichts Das liegt wieder in den Arm, wenn ich schließe auf nichts Ähm, hartnäckige 1, die Schütze nach Süd Bravo Für Alpha, komm Gert Ähm Wir haben Befehl, uns in der... Im ZZ2 einzugraben Also eingraben und auf unsere Ankunft wieder warten Kommen Ja, bestätig Lenka, komm zu mir Ich brauch dich, Mann Welche Richtung, Henrikto? 1 9 1 9 Ich hab wieder mitgefahren Wurscht Ah, da oben Ah, da oben Wart nach Ja, schon sehr nah, wie in die Schüsse gefasst So, ich fahre mich kurz selber Äh... Er kämpft, oder? Ne, links, weiter links ist er jetzt Ne, da ist er jetzt Das PA Super Ist du weit links für mich? Keine Einsicht mehr Da weh ich seh'n noch nicht mehr Ist gestoppt Da ist wieder einer Wo ist da? 1... 8... 2 Ist... Ah, da ist der PA Okay Links davon ist noch einer Ja Haben wir PA ist bekämpft PA ist bekämpft Ja, direkt nach dem Impul Ja Da Ja Haben wir glaub ich 60 auf jeden Fall nicht Ja, ich glaub der ist da an dem Baum direkt umgefallen Ja, ja Ja Einmal Blut für mich Enrico, check Muni Ja, ich bin erstmal weiterhin kampffähig Okay Auch in Siklung Richtung 183 Hm Ne, hat er kurz vor den Tod geworfen Ja Ich sag mal nicht mehr auf hier So, drei Magazine hab ich noch Da komm ich wahrscheinlich noch auf zwei Okay, ich hab noch drei Ja Gut eng Mein PA Ah, P8 ist auch leer, oder? Ich hab keine mit Ich hab auch noch zweieinhalb Ich hab noch ein paar Magazine Also ich hab sechs Sechs Stück glaub ich Ich pack jetzt mal schnell um Ich hab zwei plus das was in der Waffe ist So eigentlich Spärbestand jetzt Perfekt Ich hab zwei im Rucksack, die ihr euch nehmen könnt Gut Dann nehm ich mir eine und eine lass ich für Enrico übrig Okay, dir Also ich hab noch grandiose 23 Schuss Ja, komm mal her Dann nimm doch das eine Magazine bei ihm raus Und dann kannst du hier, dann lege ich das andere hier auch hin Ich hab ja noch zwei Ja Wo ist denn die Sau Döter Da Ne, Magazin, jedem bringt ja nichts, ne? Ne, aber du kannst bei mir in den Rucksack rein gucken und die eins rausnehmen, du Wie jeden Mausrad 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 Ich hab das Gefühl Verspüle Jetzt hab ich ja wieder gut geschätzt mit zwei Magazinen, ja Das ist nicht mal eins Aber ein Glück, dass jemand gefragt hat, wer die südliche Flanke deckt, ne? Ich weiß ja nicht, also irgendjemanden muss man da danken, also Gut gemacht, Antares Ja, ich hab's gerne erwähnt Kann ich mich selber auf die Schulter klopfen? Ne, ne? Medical Left Arm Ah, ja, ah Ah, das ist ein gutes Gefühl Oh, jetzt schieße ich dieses Gefühl Hahahaha Hahahaha Na ja, bestätigt zwar Bestätigt, du hast ja den Alpha von dir da Steif, falls es irgendwie Nicht mehr haltbar wär's Also ich kurz schon wieder mal auf den Bierkasten ausgerutscht? Der ist Der ist Der ist schon im Feierabend Nicht umsonst ist er im blauen Trupp, sagst du Ja Ja Ich muss meinen letzten Tag Urlaub feiern Ja, Dito Ja, mein Urlaub fängt erst an Mali, oder was? Ich hab jetzt tatsächlich keinen Lehrgang mehr, ich hab jetzt ganze 5 Wochen Urlaub fast Y-Tours gebucht, ne? Oh, dann fang ich nach Mali Ränker, Mali ist kein Urlaub Du sollst deinen Einsatz Dann kannst du ja Ränker Ränker, dann kannst du ja an den Wow, Weapon, guckt auf Weapon, guckt auf Mann Da kannst du ja in den 5 Wochen Urlaub genügend Missionen bauen, damit deine Abwesenheit nicht auffällt Hahahaha Da kannst du ja so viele Missionen bauen, dass du trotzdem deine Aktivität vor 50% halten kannst Jede zweite Mission ist dann von Ränker Ja Hahahaha Da wirst du nicht mal mehr in die Reserve versetzt oder so Ich glaub ich mach jetzt tatsächlich mal so'n Reserve-Tour Ja 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 Oh Kam aus West Hier hat wohl Alpha 2 aber Lass mich mal aber kommen Ja, die sind noch mach munitionierend Wann kommt ihr wieder? Ich glaube unser Alpha 2 ist gleich geplatzt Lass mich raten, dein Alpha ist geplatzt Na, wir sind so gut wie da Ja Braucht ihr jetzt Hilfe? Ach doch Wir müssen nur in der Straße verfahren Verstanden Ach, ein Übergott braucht doch keine Hilfe Ja, die sind zu Westen weiter irgendwo Das klingt irgendwie nackt Mhm, da kam auch grad ein Leutsch bei, ja 2 zu 0 grob, ja Ja, ich glaub ja Wann nochmal 10 Meter vor oder sowas, damit wir die Hügelkante Ja, ich seh sie, ich seh sie Fällig mal 2-2-4 Ja Einer ist im Siehst du dich schon? Wann schießt ihr 3-Doll-Namen? 2-2-4 Ich sehe sie, hab ich gesagt Ja Oh, die sind uns Oh, ja, uns auch Sind da nur Buschel Ja, ich hab den gerade nur noch zwei Buschel durchgesehen Vorschlag links sind Steine Sollen wir da mal einmal hinspielen? Ja, Oranda Komme Komm, komm, komm Rot, rechts, raus Und Feinde bekämpfen Oder könnt ihr den von dort oben sehen? Wir prüfen Wir sind eben nicht auf Linker Hör den auch nicht hier nur nach vorne 2-3-7 Am Stein Auf dem Feld hab ich sie gesehen Jetzt leider nicht mehr wirklich An ihm da Wen hat ein Wen ruf da? Auf dem Feld will du in den Anderen Jäu En